Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon-Showdown-Party, wir spielen dieses Mal im Anni-Justier. Heute, wie steht unser Team aus? Choice Garf Cleaver mit Stonex, U-Turn, Prairie, Blazer und Nahkampf. Einem Screens Aspeon, einem Weakness Policy Galar Modest mit Nasty Blot, Agility Fury, Dance und Hurricane. Einem Drachentanz. Garedos mit Hochmoder ist kein Waterfall, Drachthans, Erdbeben und Icefang, ein hartes Wesen. Dann hätten wir noch, auf dieses Pucken freue ich mich sehr, hoffentlich reißt es was O-Mod. Wir spielen es mit Schlaffudder, Quiverdance, Bugbass und Matchbombe. Auch wieder mit den Heavy Duty Boots. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Weakness Policy, Zapdos Galar mit Agility, Bulk Up, Close Combat und Brave Bird. Unser erster Gegner. Hat ein Poltergeist, Crimsonile, Kleuste, in dir die Female, Gudrahisui und Quack. Warte mal, kannst du eigentlich noch Blattgeisel? Power Whip kann der leider nicht mehr. Einen Terratyp Grass haben wir, könnten Icefang raustausch haben, die Attacke brauchen wir auch. Gut, wir fangen einfach mal mit Cleaver an, wir können New Turn Rocks rausbringen oder hier Treyblazen. Ehrlich gesagt, hier Treyblazen gegen ein Quacksire, das einzige Pokémon, was Anu hat, das ist eigentlich schon wirklich sehr angenehm, wenn wir hier Treyblazen können. Stonex wäre auch eine Wahl, aber sind wir mal ehrlich, Quacksire könnte eine Bedrohung für unsere Pokémon sein und das wollen wir oder müssen wir besser gesagt verhindern. Das ist nur ein Two-Shot-Lol. Gut, das heißt, wir können in... Wisst ihr was, wir gehen in Gardos? Jetzt geht er auf Toxin und wir gehen in Aspion. Bitte, Triff. Perfekt. Perfekt. Gut, jetzt gehen wir einfach mal auf Reflektor, er geht in Crimson, also gut. Hier können wir auch Lightscreenen noch. Das war wirklich sehr gut, dass das Quacksire vergiftet ist. Das hilft uns wirklich sehr. Gut, jetzt will ich auf jeden Fall mit Cleaver noch die Rocks rausbringen und dann sieht es eigentlich für uns gut aus. Ja, Reflektor nicht Lightscreen, wir haben ja schon Reflektor rausgebracht. Oder Lightscreen, ja, wir werden einfach mal Lightscreen rausbringen. Ich kann mir vorstellen, dass der Gegner hier auch Screens rauslegen will. Obwohl, wir gehen in Cleaver. Das ist wichtiger, glaube ich, dieses Mal. Das Poltergeist, Antik, ist das eine Bedrohung auf Plus 2? Nicht wirklich, da wir Motores haben und wenn wir die Rocks rausgebracht haben, wäre das eigentlich sehr gut für uns. Deshalb holen wir jetzt schon die Rocks raus. Lightscreen ist das nicht so wichtig, hoffentlich. Wir haben zumindest Reflektor für Kläuster rausgebracht, was auch gut sein kann. Denn Kläuster ist eine größere Bedrohung für unser Team. Und wir können uns im Nullfall auch noch Terra kristallisieren mit einem Pokémon. Okay, Reflektor, hier wollen wir Stonex noch rausbringen, um etwas Chip zu machen und natürlich die Rocks rauszubringen. Das war huge. V-Play, okay, das ist noch besser. Cleaver könnte ich opfern oder brauchen wir das Ding noch. So, wir gehen einfach mal in Mode Refle. V-Play macht Null Schadengefühl, ja. So, hier können wir einfach mal Agility drücken. Donnerwelle bringt nichts. Oder gehen wir auf Nasty Blood. Wir gehen einfach mal auf Agility. Geht er auf Lightscreen. Spirit Break. Und er grittet natürlich. Typisch, egal. Bueno Mod. Hier können wir ein Pokémon einschläfern. Hoffentlich ist das kein Vegetarier. Heezui. Perfekt. Quiverdance noch. Wir können dann das Gutra Heezui gut anschippen. Also der Crit, der Meda könnte man sagen. So Quagsire kommt rein. Was will das Ding eigentlich gegen mich tun? Wir gehen einfach mal auf Bug Buzz. Toxic wirkt nicht. Wir sind ja vom Typ Gift. Gut, nochmal Bug Buzz. So. Okay, Toxic wirkt nicht. Jetzt gehen wir einmal auf Quiverdance. Denn er stirbt in dieser Runde. Quiverdance. So, jetzt gehen wir nochmal auf Quiverdance. Denn das ist eine Runde Free noch. Und dann greifen wir das Pokémon an. Das mit Quagsire habe ich jetzt nicht verstanden. Dachte der oder wusste er nicht, dass Omot vom Typ Gift ist. Das hat er aber gesehen. Und wenn man so seinen Pokémon anzieht, das lila pink ist, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ist auch noch ein Käfer, dass das, ja, vom Typ Gift ist. Aber das freut mich, wenn Omot einen Sweep bekommt. Es ist ja gerade im NUBL. Also Nervius Borderline ist jetzt zu stark fürs NU Tier. Es ist gleich eigentlich. Quiverdance Pokémon sind immer gut. Der nächste Gegner hat Akane, Hisui, Miaus, Karada, Donphan, Bass Collegion, Females, Low King und Iron Chirgulis. Die Rocks brauchen wir für ein Pokémon, nämlich für Donphan. Aber wir können auch hier rausjuten. Aber wenn der so Akane reinholt, gehe ich gerne auf Stone Axe. Und können das Pokémon besiegen und haben Rocks rausgebracht. Und wir haben unseren Choice Gaffer noch. Was sehr gut ist. Da wird es in Donphan gehen. Und in welches Pokémon gehen wir? Der wird es eigentlich nicht so viel gegen Garedos tun können. Er geht in Bass Collegion. Da brauche ich das Ding noch. Es ist eigentlich gut zweimal U-Turn. Hier einmal Rock-Move. Hm, der wird hier auf eine Wasserattacke gehen. So, Garedos sieht hier aber sehr gut aus. Venomod auch. Wir gehen auf Stone Axe. Wir sind schneller. Wir haben einen Choice Gaffer. Okay. Surfer. Killt mich. Gut, dann können wir in Garedos gehen und einfach mal D-Dance drücken. Slowking. Slowking. Okay. E-Q. Das ist kein Too Short T-Wave. Yawn. Okay. Das ist jetzt nicht so schön. Wir gehen einfach mal in Espeon. Er geht auf Chili Reception. Okay. Mioscara da kommt rein. Okay. Das müsste Choice Gaffer oder Choice Bandit sein. Wir gehen jetzt einfach mal in Zapdos und tanken. Die Unlichtattacke oder U-Turn passt auch. Sind 9%. Okay. Iron Jugulous. Hier gehen wir auf Agility. Vielleicht trifft Hurricane nicht. Schade. So, Espen mit sich eine Unlichtattacke tanken. Deshalb gehen wir auf Light Screen. Er geht in Slowking sogar. Das Pokémon. Ach, der kann Yawnen vielleicht. Chili Reception. Future Sights. So. Wir gehen auf Yawn. Der Gegner geht auf Chili Reception. Okay. Mioscara da. Hier gehen wir auf Yawn. Ja, U-Turn. Aber ich muss jetzt mal rauswechseln. Slowking. Okay. Gut. So. Hier gehen wir einfach mal in Mode Rest. Das bekommt kein Attacken wirklich ab. Das Chili Reception noch wirkt. Obwohl da Schnee draußen ist. Das finde ich broken. Das gehört eigentlich abgeschwächt. So. Wir haben die Screens zumindest draußen noch ein paar Runden. Lavados ist draußen. Die gute Fähigkeit von Lavados besagt ja, wenn wir unter 50% HP sind, sind wir auf Plus 1 dank Berserk. Iron Juggies. Hier gehen wir auf Agility. Hurricane trifft nicht. Yay. Gut. So. Hier gehen wir auf Nasty Blot. Jetzt sind wir schon schneller. Yay. Hurricane trifft wieder nicht. Wir gehen auf 4 Rath und können das Pokémon nicht besiegen. Hurricane trifft schon wieder nicht. Yay. Jetzt waren wir auf Plus 2 Special Attack. Plus 2 Speed. Sehr gut. Der nächste Gegner hat ein Tinkerdon. High Dragon. Richie Drago. Mac Alona. Magneton. Und Preloom. Wir leiden einfach mal mit Cleaver. Obwohl. Und wenn er mit Preloom leidet, wäre das ein Problem. Wir gehen in Cleaver. Also wenn er mit Preloom geht, gehen wir auf die U-Turn. Okay. Und gehen in Espeon. Denn er wird sicher Spore drücken. Das ist okay. Chips sagen wir es mal so. Espeon. Force Palmen. Bitte keine Paare. Danke. Gut. So. Hier gehen wir einfach mal auf Reflektor. Notfall, dass der drin bleibt. Aber der wird jetzt wahrscheinlich in Mac gehen. Oder in Tinkerdon. So. Brauchen wir noch ein Light Screen. Der wird auf Knock Off gehen. Die Rocks will ich eigentlich rausbekommen. Das ist das Problem. Hm. Venomods. Venomods sieht eigentlich gut aus, wenn das Tinkerdon weg ist. Wir gehen in Cleaver. Auch wenn er es auf Knock Off gehen kann. Oder er rockt selbst. Wir rocken auch. Das war ein Misplay. Oder er prediktet, dass wir rauswechseln. Aber trotzdem. Egal. Wie genau. Hier auf Stone Axe. Wir wollen hier jetzt nur die Rocks rausbekommen. Das ist guter Chips sogar, den ich haben will. T-Wave. Okay. Gut. Wir wechseln jetzt einfach mal in Venomods. Gigaton haben wir tanken. Sehr gut. Hier können wir Sleep Powder gehen. Der wird jetzt da noch Knock Off im Set haben. Ja. Gigaton haben wir jetzt eigentlich eine richtig gute Attacke. Nur. Ja. Man kann es halt nicht hintrinnen einsetzen. Also bei den anderen Pokémon wie Metacross, Katana wäre die Attacke broken. Aber bei diesen Pokémon nicht so cool wäre das einmal. Gut. Und hier drücken wir einfach mal Bug Buzz. Tinted Lance. Wir machen Null Schaden. Okay. Okay. So. Sleep Powder. So. Ah. Wenn wir gritten sieht das natürlich besser aus. Der Spätstaff Drop. Der ist gut. Crit und Spätstaff Drop. Das ist cute. Hoffentlich schläft er noch eine Runde. Bitte please. Danke. Sehr schön. Dann stirbt dieses Pokémon. Magpunch von Prelim werden wir überleben. Vierfach Resisted. Er geht in Prelude. Dass er dieses Pokémon abwirft ist sehr schön. Tinkerton schläft ja auch schon. Oder geht erst in Tinkerton und hofft, dass er noch eine Attacke überlebt. Wohl wir eigentlich das Ding besiegen. Können hoffentlich. Also O-Mode performt in diesem Part mal besser als gedacht. So Magneson. Das Tinkerton schläft noch. Wir gehen hier einfach mal auf Bugbuzz. Machen es sehr guten Schauen. Tintel Let's Venomod hat seine Arbeit vollbracht. Gut. Wir gehen in Gaara, Tearerun und drücken D-Dance. Hoffentlich kann er nicht. Magnet Bomb. Okay, ich muss dann schnell cutten. Gut. So, Icing ist stärker. Er ist Überrest interessant. Gut. Das ist leider kein One-Shot. Freeze. Der ist sehr schön. Hier können wir es einfach mal Free of Waterfall gehen. Für den Kill oder wenn er raus wechselt, wir kommen ein anderes Pokémon. Viel Chip ab. Also der Freeze, der hilft uns gerade sehr gut. Dass er raus wechselt, überrascht mich ehrlich gesagt. So, der Crit ist egal. Wir müssen spezial einen Angriffsboost. Sehr schön. Hydrang kommt rein. Hier gehen wir auf Ice Fang. Okay, der ist Terra Steel. Okay. Kann der mich besiegen? T-Wave. Okay, interessant. Wir gehen einfach mal auf Erdbe. Mag ist hoffentlich kein Problem, oder? Nein. Dürfte kein Problem sein. Cleaver ist Paralyzed. So. Der hofft wahrscheinlich, dass er mit Delegate durchkommt. Okay. Er kommt aber nie durch mit Delegate. So, Dark Pulse macht 40% Schaden. Okay, gut. So, ein Angriffsboost. Wir sind schneller als ein Magneson, außer der Speed Investment. Tinkerton könnte schneller sein, aber kann uns eigentlich nicht mit einer Attacke besiegen. So, hier gehen wir einfach mal auf Erdbeer. Auf Waterfall. Body Brass. Okay, der ist schneller. Weg mit dem Magneson. Sehr schön. Rocky Helmet. Okay. Aber das ist ein schöner Garedo. Sweep Erdbeben. Okay, bitte. Poison Trap. Schade. Gut. Jetzt gehen wir in Aspion und drücken Reflektor und Light Screen. Aspion würde uns in diesem Kampf sowieso nicht mehr helfen. Also, passt es schon, wenn wir es hier sterben lassen. Gut. Poison Trap. So, jetzt können wir in Zapdos gehen. Und Praise würde eigentlich drücken. Das ist guter Schaden. Hoffentlich kann uns nicht besiegen. Reflektor Strap. Keine Poison. Grits und Poison natürlich, oder? Ja. Das ist jetzt nicht so schön so. Cleaver und Close Combat. 40% mit Nahkampf müsstest du machen. Okay. Grits, Poison, das ist unfortunate. Das kann uns das Game kosten. Ah. Die. Das muss jetzt wirklich nicht sein. So viel Hexe ist abbekommen. Nochmal Full Parade Damage. Ja, Mogress. Nasty Blot. Warum geht denn nicht das Schutzschild? Mit Poison Trap Poison, oder? Ja, natürlich. Natürlich. So Nasty Blot. So, Hurricane muss treffen. 984 Attack auf plus fucking 3. Treff mit Hurricane. Zu 70% können wir das Game gewinnen. 70% dass wir das Game gewinnen. Wie gesagt, 70%. 70%. Okay, das war unfortunate. Dann werde ich mal den nächsten Gegner suchen. Der nächste Gegner hat Uhafnik, Gastrodon, Tinkton, Grafaya, Serena und Lucario. Gut, wir leben einfach mal mit Cleaver. Der Gegner kann die Rocks empfehlen. So Tinkton. Wir drücken einfach mal Stonex. Er will auch wahrscheinlich nicht die Rocks rauslegen. Gigaton haben wir okay. So, wir gehen in Venomod. Schläfern es ein. Und wechseln dann gleich hart raus. In Garados. Okay, er geht in Grafaya. Wenn wir das Pokémon einschläfern können, wäre das auch jüdisch. So, Quiverdance. Oder zwei Bugbasse müssten eigentlich ausreichen, theoretisch. Das ist auf jeden Fall Heavy-Dude-Deboot. Oder wir gehen in den gleichen Garados. Okay, der geht in Tinkton. Okay, das heißt, wir gehen einmal auf Drachentanz. T-Wave. Warum spielt man die Dinger mit T-Wave drauf? So, wir gehen einfach mal auf Drachentanz. Serena, okay. Hier gehen wir auf Icefang. Wir sind schneller, können das Ding besiegen. Er kann die Rocks nicht mehr entfernen. Hoffentlich ist das gut. Für Schwertanz-Extremes mit Lucario zum Beispiel. Habe ich schon überhaupt mal E-Speed Lucario gespielt? Ich kann mich daran gerade nicht einmal erinnern. So, Normal. Boomburst tanken wir nicht, weil es ein Grits war. Okay. Gut, Aspion. Lightscreen. Gut, so. Mothress bringt jetzt eigentlich nicht so wirklich was. Wegen Tinkton. Tinkton ist ein gutes Pokémon, ehrlich gesagt. So, wir gehen in Mothress und drücken Agility. Boomburst tanken wir. Holy shit, Boomburst macht aber viel Schaden. Ja, die Attacke macht viel Schaden. Wir hoffen einfach mal, dass wir einen Flinsch auf Tinkton bekommen. Aber warum macht Joy Specs Boomburst normal so viel Schaden, okay. Agkmon ist eigentlich immer im Ario gewesen. War es in Gen 7, Gen 8 Ario? Gen 6 Bars in Mario. So, Grafaria. Fury Rav, weg mit dir. Okay, wir können noch ein Pokémon einschliffen. Oh, mich interessiert gerade wirklich, welchen Tier Explode war es. So, hier drücken wir einfach mal. Hurricane. XE Speed tanken wir nicht, schade. So, Venomod. Sleep Powder. Mich interessiert gerade wirklich, welchen Tier war Explode in Gen 8. Gen 8 A-O. MNUT, okay. Also war das Ding nicht mal so bad. Natürlich, treffen wir nicht. So, hier müssen wir. Agility. E-Speed, okay. Ja, gut. Ja, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch der Part gefallen hat. Können wir Zapdos besiegen. Nicht einmal mit Step. Okay, danke fürs Zusehen. Bis dann.